Was hast du eigentlich für ein Bruder an, Mensch? Was? Tippst du? Hanka, was hast du hier? Hanka holt sich einen runter. Ey Leon, Leon Kurik hat gesagt, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass du hier so aufgetreten bist. Das ist so ein Arsch, ey. Filmst du? Nein. Mach Fotos. Du bist geil. Verstehst du, es bezeichnet er mich als voll kindisch. Und dann kann er sich das nicht vorstellen. Oh, das ist so ein Arsch, ey. Naja, aber ganz ehrlich, manchmal. Weißt du, wer noch ein Arschloch ist? Gorn. Ey, was kannst du dir nicht vorstellen? Der Fahrer. Oh, nee. Hanka. Was? Hanka, du gehst auf eine Party? Ich meine, ich und meine Schwester. Er meinte, was wir eigentlich auf einer Party nutzen. Also ein Zeuchter. Michalieren. Kurisch. Ich werde mich bestimmt nicht bei meinem Alkoholsaufen erwischen, weil ich sowas einfach nicht mache. Könnt ihr euch meine Mutter mit langen Hand vorstellen? Dann ziehe ich einfach mal. Oh, mein Gott. Zeig mal, ich sehe das nicht von hier. Oh, du hast gemalt. Ja, in Ungarn. Ja. Zeig mal, das steht hier unten drauf. Oh, das ist ja schön. Warte. Zeig mal. Ich kann nur 13.07.2004 Ballaston führen sehen. Zeig mal. Warte. Bin ich. Das bist du? Ja. Das ist irgendwas mit Pafanini 2000. Ja, das ist der Maler. Ich so auch für deine Schwester. Ja. Aber H genauso. Weil ich hab noch mehr. Noch mehr Schwester oder noch mehr Bilder? Das ist vom vorletzten Jahr, würde ich sagen. Boah. Ja, zeig einfach. Ja, das kommt 2000 Mal. Zeig, zeig, zeig! Ohhhh. Wie süß. Wie sieht man genauso aus wie meine Schwester. Ja, man sieht voll, dass ihr verwandt seid. Mhm. Das ist schlimm. Hanka. Ja. Ich mach das nicht. Ich mach ein Video. Die ganze Zeit. Ohhhh. Wer, du? Ja, genau. Warte. Seid halt nie. Mich filmst du aber nicht, oder? Jetzt. Lea, das Bild musst du... Magst du bestimmt. Guck mal. Eine coole Oma. Zeig mal, Hans. Ohhhh. Aber das ist... Die sieht aus wie Frau Schere. Das ist vor zwei Jahren. Ja, irgendwie. Jetzt, wo du es sagst. Cool. Frau Schere. Was ist da unten? Frau Schere im Doppelpack. Frau Schere. Oh, ja. Wie war das Jaram auf der Kassel mit dem Doppelgänger? Ist es verkrüppelt aus? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wirklich? Der ist auf dem ersten... Oh, das andere Bild war ja Ina. Ina meinte ja... Zeig mal das, wo du alleine drauf bist. Allein? Ja, da. Da dieses eine... Nein, dieses eine Bild da. Danke. Das wo was bunt ist, was nicht gemalt ist. Das, 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 genau das. Hätt ich jetzt noch auf den Arsch. Ohhhh. Das finde ich ja. Man muss immer überlegen, bist du das jetzt? Na, so groß ist ja ihre Schwester nun nicht. Ja, deswegen. Aber da war ich acht. Und ich hasse dieses... Willst du mal meine Schwester singen? Ja. Sag jetzt alle Bilder, die da sind. Ohhhh. Ohhhh. Mein Schwester, little. Wieso hängen die Bilder nicht in der Wand? Weil der Flur neu... Ach, deswegen sieht das immer so... Sieht nämlich alles so ungewohnt und kahl aus. Sollte sagt mal tschüss, ich höre jetzt mal auf zu filmen, ne? Tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Oh, von mir jetzt gibt's auch so einen ähnlichen Bild. Da sitze ich, da bin ich noch kleiner, in einer Blümchenwiese. Halt, von mir muss saugen, ob ich zum Bild geh. Aber... Ohhhh. Ohhhh. Ich weiß nicht. Sette, du bist die ganze Zeit drauf, ey. Das ist... Ja, ich weiß. Ölme. Hanka auch. Das war's. Pool? Was? Hat meine Mutter mal gewohnt. Wo siehst du? Zwölfer. Mhm. Sechs. Sechs. Keine Ahnung. Bekauft. Okay. Ja, und die hast du ja schon. Ey, Sette, unsere Bilder sind ja ausgestellt, ne? Ja, weil von mir ist auch ein Bild mit dabei. Ja, ich muss mal schauen. Unsere Berechtigungen haben ein Bild wieder. Ja, ich bin jetzt auch... Von mir ist auch noch mit dabei. Ja? Unsere beiden. Wir sitzen nebeneinander und so neben euch. Ja, bei sechs Minuten. Und denn? Mitternacht. Cool. Ja, wir schrecken wie dich. Na, Haka. Wir wollten ja verstecken. Verstecken? Oh, das hat mir immer ausgeschlagen. Oh, ist das... Kannst du? Mir tut immer noch die Schulter wie. Hier komm ich auch runter. Ja, komm her! Nein! Oh, es ist geknackt. Sette kommt wieder hoch. Auf dem Rücken. Auf dem Bauch. Auf dem Bauch. Auf dem Bauch. Dann will ich an deinen Rücken rankommen. Ja, willst du da? Nein, du willst nicht. Nein, du willst, wie du da?